Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Minecraft Jump'n'Run Adventure zusammen mit Squall, guten Tag, dem Sascha und dem Stevie, ihr und dieser Seite langsam, und die gute Shira natürlich, du darfst mich selber nicht vergessen. Ja, ich bin Shira. Hi Shira! Hallo Shira, was ist dein Problem? Springen. Spring Shira, tu es. Mein Name ist bla bla bla. Mein kleiner Finger tut so hart kommen. Ja, meiner auch schon. Vom Schiff drücken. Ja, oder Schiff. Ich verkacke jetzt diesen Anfang hier. So komm, jetzt wird gerult. Jetzt schaffen wir's. Jetzt geht's los. Ich hab gehört, wir haben jetzt ein anderes Gesprächsthema. Wir haben ein Gesprächsthema. Oh, Squall. Nein! Oh, ich bin an die Kante gesprungen! So, sprich, Leute, wir springen jetzt ernst, okay? Nice, Squall hat den Sprung gemacht. Oh, okay. Ich brauch... Ich brauch euer Feeling, Leute. Ich brauch euer Feeling. Ernst Mode on, alles geschafft. Neuer Feeling und? Serious Gameplay jetzt. Ich hab dir zu spät gesprungen. Haben wir ein Gesprächsthema oder... Ähm, 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 ähm. Nein! Das war wieder so knapp. Nein! Fuck, shit! Oder was? Das wird immer zwischendurch geworfen. Äh, ja, weiß ich nicht. Was gibt's denn Interessantes, was diese Woche passiert? Ne, die Woche ging heute erst los, aber... Also, ich würde mal sagen, liebe Leute, was haltet ihr von... von... Ja, wir warten. Nein, 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 bleib hier oben! Bleib hier oben! Ich kann dir jetzt ein theoretisch sehr, sehr politisches Thema abschneiden, aber ich weiß nicht, ob ich das machen sollte, weil Politik ist eigentlich nichts, was ich finde, was in Minecraft hingehört. Äh, ach, komm, Stevie! Äh, ne, Scroll! Was? Ne, warte, wer jetzt von euch beiden. Ja, Stevie, was soll denn das? Politisch weiß ich nicht, ob man das... Ich weiß nämlich nicht, wie die Zuschauer das... Ne, ich glaub, Politik ist auch nichts, was... Wie hast du den Sprung geschafft? Das ist das Gesprächsthema jetzt! Welche Meinung nach hat der Sprung geschafft? Ja, den hab ich geschafft gehabt. Ach komm, scheiße! Ähm, du gehst, äh, relativ mittig auf der Leiter, wo du stehst. Ja. Achso, den Leitersprung, du springst aber auf die Leiter an die andere Ecke. Oh! Wah! Wah, Mann! Zack! Genau an die Leiter, genau da, wo Stevie jetzt steht. Und dann springst du einfach weiter auf den Block. Ey, das ist ja... Warum komm ich nicht auf diesen Scheißblock, ey! Alter, meine Finger tun weh! Oh, nicht so rum! Wie machen Leute manchmal zwei, drei Stunden Sessions davon? Die haben Fingertraining so... Das gibt es nicht! Oh Gott, oh Gott! Leck mich am Socken! Was? Leck mich am Socken? Ich hab's geschafft! So! Bist du beim... Achso, ne, ich wollt grad sagen, bist du beim Checkpoint, aber... Nein, noch nicht! Oh, Shira! Feel the Force! Just do it! Ich hab Angst! Du müsstest jetzt so ins Video so einfügen, das ist ein Just do it! NEIN! Wie hab ich denn das jetzt verkackt? Das ist nämlich, ne, das ist ein Just do it! Ja, ich weiß, das ist dieser komische Mongo von Transform, aus dem ich hier einfache... Shia LaBeouf! Jawohl, Shira! Shia LaBeouf, Stevie suchst du! Hilfe! Ja, ich war an den Namen! Fira, das war jetzt nicht klug! So, komm! Hier dabei und jetzt innerlich... Weißt du, ich hab keinen Bock mehr und bearbeite gleich einen CCT-Pass zum Rendern, ey! Ich hab noch drei... Das... Ho! Ho! Ich hab noch drei Parts, die ich bearbeiten müsste! Sascha ist mal hier gekommen! Wie hast du das geschafft, Sascha? Oh, ne! Ne! Ach, komm! Das kann nicht euer Ernst sein! Was denn? Wisst ihr, wie man da wieder reinkommt? Das ist wieder nur so ein scheiß Zweierfeld! Bitte, Sascha! Ja, ich weiß, wie man da reinkommt! Das tut! Komm schon! Warte, spring ich jetzt mit... Erst auf den, äh... Ich bin auf den, äh... Woh! Komm schon, Sascha! Wo hast du mich gerade... Ach so! Nee! Was ist das? Rechte Ecke! Komm schon, Sascha! Sprint oder nicht? Ja, sprinten! Ja, das solltest du! Jaaaa! Sascha, ich glaub, da werden sich deine Eltern sehr, sehr freuen, wenn du hier so abkriegst! I couldn't care less! Hast du nicht Kopfhörer drauf, oder waren die gerade alles? Nee, Kopfhörer haben sie drauf, aber ich schreie doch trotzdem durch die gesamte Wohnung hier durch! Hallo! Hallo, liebe Leute! Let's play! Ich bin runtergefahren! Ja, ich glaub... Gut, das Problem ist, ich kann jetzt den anderen natürlich nicht sagen, in welcher Minute sie sind, äh... Weil meine jetzt... Achte Minute! Achte Minute! Ja, ich hab gerade leider acht Minuten Gameplay verperzt! Ich hab die Challenge schon geschafft und hab's jetzt nicht aufgenommen! Yerlus! Oh, Oh! Shira, kannst du jetzt machen. Ich hab' harte Hilfe! Jira, Jascha! Du一! I hab' keinen... Nein! Neins! So, ihr habt natürlich 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 keine Beweis, dass ich's gepackt habe, von daher spring' ich auch nochmal! Ang کےanks einiger하ники! Okay, jetzt kann ich's tun! Wow و AWS eigentlich habt ihr in... wenn ihr bei den anderen vorbeiguckt, habt ihr gesehen, dass keine Ahnung damit ich's geschafft habe. Da ich nicht aufnehme, kann man es bei mir nicht sehen Ich bin auch schon! Bitte, bitte, bitte! So, wie mach ich diesen Scheißboden? Ich hab mal gesprungen, warum? Ich, ich hock mich gleich in Embryonalstellung auf mein Bett und schau mal her, sobald diese Folge zu Ende ist. Ich mach mit. Aber hoffentlich nicht in meinem Bett, Shirab. Nein! Nein! Warum? Was soll denn der Mal? Nein! Oh Gott, das war schön, also ich... Kacke! Guck mal, Stevie ist ganz gebannt von dem Stein. Ich glaub, der ist jetzt echt TTT-Ränder gegangen. Jetzt kommt, meine Finger sind so schmuckig. I can be your hero. Nein, hör auf sie! Ach komm, scheiße, ich hab selbst wundert. Du hast mich nervös gemacht, Junge. Ach komm. Junge. Junge! So, jetzt werfen wir einfach mal alle YouTuber, die wir haben, in einen Raum hier. Scheiße! Ach, wer sagt das denn? Ja, das sag ich. Das ist Because Gaming is Fun, Alter. Das war Hardy. Ich hätte jetzt eigentlich das H-Wort sagen müssen, wenn ich Hardy wär. Ja. Das war ich auch bei Counter-Strike so geschrieben. Das du dich davor so drückst, ey, das ist auch nur ein normales Wort. Ach, so. Ach, so. Moment. Komm, ich hab's mal ne Zeit lang gepackt. Komm, Schir, los, los, kein Druck. Ich pack das. Easy, easy. Los, 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 los. Nein, ich halt die Klappe. Die Kleidigungswörter hab ich ne Zeit lang mal mit nem Piep entfernt. Jawoll, Schir hat's gepackt. Oh nein, Schir hat's. Hey Mann, verkackte ich mich diesen Anfang hier. Oh Gott, meine Finger sind blutend. Hallo. Stevie, du Assu. Ich glaub, wenn man das ne Weile lang übt, dann geht das schon klar. Aber ich hab halt echt langsam mein Gefühl im kleinen Finger lässt irgendwie nach. Ist die Session schon vorbei? Nein. Nein, da rutsch ich auch unter, leck mich doch am Brot, ey. Also, wovon wir dich so lecken sollen? Nein. Socken an dem Zee am Brot. Ja, leckt meine Zähne und mein Brot, dann bin ich zufrieden. Alter. Und den Socken noch, den Socken noch. Komm, Scrawl, du Vogel, Alter. Deine Inkompetenz wieder an den anderen auslassen. Ja, Stevie. Hallo. Hä, wo ich das nur... Ey, Schir, hörst du auf? Nein. Schir hat geschlagen, obwohl sie es geschafft hat. Ich find, sie muss es nochmal machen. Ja, Schir, hörst du nicht. Nein, ich war nicht mal auf der Challenge drauf, da war es schon nicht so schlimm. Nee, nee, Schirat ist... Boah, ich scheiß Kackbratze. Alter! Du scheiß Kackbratze? Boah, ich nehme gleich das H-Wort in den Mund, du. Das ist mir scheißegal in deiner Folge. Das wollen aber viele nicht haben. Dann werde ich dich leider auspfeifen müssen. Ach, Kackbrat! Darf ich das jetzt mal ausprobieren? Ob du das wirklich machst? Nein. Da ist er bestimmt so faul für. Ja, ist doch locker. Da hat der Scheiß entlanggerutscht, ey. Alter, du leidest, du bist echt so buddig, ey. Du bist so schwierig. Buddig. Oh Gott. Du bist hochbuddig, Alter. Was, was, was? Mach doch nicht so die Komplimente. Das ist eine Stulle, ey. Was? Schirat, du bist so wüsch. Oh, sorry. Was mit deiner Stulle, hab ich gesagt? Ich wollte doch was für eine Idee machen. Ja, wegle. Weißt du, was ein Wegle ist? Nee, du, ich bin Norddeutscher. Ich verstehe deinen bayerischen Slang nicht. Ja, was heißt denn bayerisch, Mann? Dann hessisch, warte Wurtenbergisch, was weiß ich. LOL! Wie lange willst du mich noch verprügeln? Hey, das war ich nicht. Nein. Ja, danke. Hey, du. Letztes Stück Brot, ey. Ja, Mann. Schlau wie Toast. Oh, leu. Ich glaube, das nächste Mal sollten wir eine PvP ausmachen. Scroll jetzt, hör auf, Mann. Das war ich doch jetzt nur einmal. Ja. Danke, den Sprung hätte ich nämlich nicht sonst geschafft. Mennooooooo. Mein kleiner Finger. Oh, Gott. Was machst du mit dem kleinen Finger? Shift drücken wie sonst was. Der steckt in irgendwelchen Körperöffnungen von ihm. Hallo. Ich nuckel drauf rum, weißt du? Hast du Facecam bei dir? Ja, natürlich. Nein! Du mit den Zuschauer jetzt schon, Leute. Langsam werde ich ein bisschen aggressiv, muss ich sagen. Ja, ich doch auch. Oh nein. Das bin ich so. Das bin ich so. Du hast echt die Richtigen ausgemacht. Du machst Abgang. Fick dich. Machst du einen Abgang jetzt hier, ey. Sascha. Das schafft an den ersten Punkt nicht. Yes. Oh, jetzt hör doch auf. Konzentriert euch mal. Ja, wir konzentrieren uns da. Die hauen mich die ganze Zeit. Ich kann mich hier nicht konzentrieren. Divi, irgendwie klappt dein Umhang nicht. Du hast Optifine drauf? Ja. Oh, Gott. Ihr seht meinen Optifine Cape. Ich nicht. Komm, du scheiß Bruder, leider. Wenn du mich Optifine drauffasst, dann siehst... Komm, Skulli jetzt. Sascha, wenn du mich Optifine drauffasst, dann ist es normal, dass du das Cape nicht siehst. Ja. Das kann nicht wahr sein. Aber ich habe mir nur für das Cape gegeben. Deswegen sieht das dann noch so aus. Pst. Ich schaffst das. Scroll, kein Druck. Kein Druck. Nicht dein Ernst. Scroll, kein Druck. Vorsicht. Vorsicht. Okay, jetzt. Na komm. Nein. Am letzten Sprung. Meintest du nicht, weil du weißt, wie der letzte geht? GG, Scroll. Scroll ist aufgehauen. Oh Mann, ey. Hat sich gemuted, glaub ich. Jetzt musst du mein Headset wieder abhauen und mir rumwerfen, ey. Ich glaube, meine Nachbarn kommen gleich hier so vorbei und sagen so, HALT DIE SCHNAUZE! Das erwarte ich gerade schon vor meiner Mutter eigentlich. 21.05 Uhr und ich brülle hier rum, du ey. Ja und 21.05 Uhr ist doch okay, bis um 10 Uhr ist all right. Geh, Sascha. Geh, go, go, Sascha. Sascha, ich schaffe dich. Ich schaffe dich hart, wenn du nicht... Nein! Oh Sascha. Ich schaffe dich hart. Und ich weiß nicht, was ihr mit dem Leitansprung gehabt. Ich hab den zweimal probiert und zweimal geschafft. Och komm. Ja, ich hab ihn jetzt auch geschafft. Also, aber... Oh fuck. Hat er schon wieder jemand geschlagen? Nein. Fick dich. Ihr schafft das. Das ist kein Cheerleading hier. Was? Du musst wenn er tanzen dazu. Du leckst gerade so rollen. Ach, kack. Was? Du leckst jetzt alle. Hast du zwischendurch mal leichte Internet-Schwankungen oder so? Och komm schon. Was für ne Leitung hast du, äh, äh, Scroll? Eine... 5 Milliarden-Leitung. Na, keine Ahnung. Oh Gott, meine Finger! Dann leck ich immer noch? Nein, nein. Das ist immer nur so ein, zwei Wörter. Und dann geht's wieder. Komm, du Buddha. Du Buddha-Leiter! Ich hasse dich und deine Familie, ey! Du Buddha-Leiter! Vor allem, warum hat er leicht seine Familie? Oh Gott. Ach komm, du Grünestück. Nein! Was ist mit Sascha los? Ich glaub der, der drückt nicht durch, ey. Ich hab dir echt beknackt, ey. Ich weiß, ob an dem Märkten er regt sich auf. Dann fängt er an zu lachen. Ach komm, Scroll! Was soll denn der Scheiß jetzt? Wie lange ist der Part schon? Meine 8 Minuten. Ja, dann sind wir bei 16. Ja, ich find wir machen den Part aber ein bisschen länger, damit ich mithalten kann. Ne, ne, so nicht Sascha. Aber ich kann noch keine 12-Minuten-Folge veröffentlichen. Extra-Würstig. Danke. Bitte. Siehst du, das war geplant. Warum sprichst du denn runter? Du bist runtergesprungen! Ich hab nix gemacht! Libi hat's auch geschafft. Was? Das halte ich für eine Lüge. Dann find ich eigentlich, dass ich's auch geschafft habe und scrollen nur noch drei Versuche hat. Oh, Sascha, du bist gemein! Libi, hast du's wirklich gerade geschafft oder bist du... Ja, ich... Ich hab's gesehen. Ja, das heißt er noch nicht. Da muss ich wohl in Shiras Folge reingucken, ja. Mhm. Deswegen guckt alle bei Shira oder Stevie rein. Ach, Stevie nimmt gar nicht auf, ja? Richtig, weil... Hat sich gesagt... Ja, dann guckt alle bei der guten Shira rein, ob Stevie's wirklich geschafft hat. Weil ich truste da nicht so. Ihr könnt ja dann bei mir in die Kommentare schreiben, ob ihr's geschafft hat oder nicht. Du, ne Bruderleide! Komm her! Bruderleide? Boah, das wird noch richtig fies. Boah, wird das fies. Ja, und der nächste Checkpoint wird richtig asozial. Nee, 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 der Schluss wird richtig asozial. Machst du jetzt schon weiter? Nein, nein. Äh, check mit dem Game Mode ab, was kommt. Oh Gott. Sprawl, mach mit Waffenstillstand. Mich interessiert jetzt kurz eine Sache. Komm, spring weiter. Hier drin ist ja einfach gar nichts. Okay, Sascha, aber wirklich... Ach Gott, okay. Du sprichst von allein schon raus. Ja, ich wollte ja, dass es fair ist, weil... Sieht wie so eine Gummizelle aus. Kommst du raus? Schau mal hier jetzt so. Oh Gott, mir tut so mein Handgelenk weh, leck mich am... Nein. Gute Antwort, Shira. Hier, ich schenke euch mal ein paar Hauszierer. Ja, gib uns die Kühe, bitte. Ja. Nein, nicht gesprungen! Was wollen wir denn hasen? Wir wollen Kühe. Nein, hasen niedlich. Ihr sollt springen und nicht die Kaninchen... Ich hab nicht einmal draufgeklopft. Ja, ja. Ich kann ja auch... Hier mit... Oh, hier mit's kommen. Ich hätte gerne Pilzkühe. Die bringen einem Glück. Witteschön. Oh, komm mach dir Scheiße. Okay, die schenke ich dir. Hier. Nein, doch nicht hier, wo ich springe. Nervscroll damit. Butterleiter. Mit deiner Butterleiter, Alter. So, reichen euch die Kühe? Nee, Mann. Nein! Alter, die fallen alle da runter. Die fallen alle da runter. Pfff! Alter. Pfff! Pfff! Ich muss hier meine Aggression irgendwo rauslassen. Hier jetzt gleich. Pfff! Pfff! Ruhe jetzt! Alle Schnauze halten! Nein! Pfff! Pfff! Ich hab Aggression. Oh. Shira, du bist schuld. Warum? Du hast schlecht angezählt vorhin bei der Folge. Darum hab ich die Aufnahme nicht gestartet. Was? Nein, Quatsch. Keine Ahnung. Oh, Herrgott im Himmel, hey. Aber liebe Leute, schon... Ich hab bloße Wölfe gemacht. Ja, GG. Was hast du denn jetzt hier für Trank geworfen, Stevie? Lass mal heller siehe. Das dürfte dir jetzt... Müssen heller vorkommen, oder? Hier, Sascha, du auch. Oh Gott, ich hab mega Legs. Warum? Die Wölfe gefallen mir gerade gar nicht. Lasscha, hast du dich vor, oder gehst du? Wenn du ein bisschen zur Seite gehst, kann ich gerne vor. Das heißt nicht schön, okay? Die Wälder sind voll süß. Danke. Er hat mega Legs. Ich weiß nicht warum so. Das kann aber eigentlich nicht an den Trank liegen, den du bekommen hast. Och komm schon, hey. Nee, ich weiß nicht warum. Fraps pack mal wieder ab, hey. Wie immer. Vielleicht, weil aber auch jetzt immer hier zu viele Viecher sind, warte mal. Ja, das kann gut sein. So, sorry Leute, mein Mutti kam gerade rein. Jetzt schaust du's. Mit Mamak. Nein! Ey, kannst du mal die Tiere vielleicht töten? Jaaaa! Bei mir reitet hier gerade eine Herde vorbei. Stevie, unser Bauer. Ich habe übrigens gerade meinen halben Schreibtisch auseinandergenommen. Was hast du genommen? Mein halben Schreibtisch auseinandergenommen. Warum? Ihr habt ja nicht gehört, wie ich auf meine Platte hier rausgekloppt habe? Doch das schon, aber warum hast du da deinen halben Schreibtisch auseinandergenommen? Nein! Leck mich zum Arsch, du Scheiß, Drecks. Fuck, Kuh. Geh mir nicht auf die Koronis, Alter. Nein! Ach komm. Ich will das jetzt noch schaffen. Ich auch. So! Jetzt kann ich sogar mit der Hand. Ich war ihm gerade schon wieder beim vorletzten Sprung. Also Stevie, ich muss sagen, es liegt wahrscheinlich schon an den ganzen Tieren, dass das gerade so geleckt hat. Ich mach die doch gerade down! An der Serverauslastung dürfte es nicht liegen. Ich hab vier Gigram da drauf. Das liegt an Fraps. Das kann ich dir sagen. Das gibt es nicht, hey. Warum nimmst du Minecraft eigentlich mit Fraps auf? Weil ich es dann kleiner rendern kann. Und kleiner rendern bringt mir... Ach komm, jetzt wackelt dieses Ding so, weil der blöde Trank von Stevie aufhört zu wirken. Jetzt kommt Sascha. Just do it! Das kann nicht wahr sein! Ja, jetzt um einiges besser. Oh, ich weiß was du meinst mit der Night Vision. Ach du Scheiße. Das ist ja asozial. Das gibt es nicht. Ich schaff's nicht mehr um die Ecke rum. Oh, wir sind bei 22 Minuten. Gib mir noch zwei Minuten oder sowas. Dann kann ich sie veröffentlichen bei 16 Minuten. Ja? Nein? Weiß ich nicht? Vielleicht? Auch zwei Minuten machen wir, okay? Na okay. Ausnahmsweise. Yay! Yay! Komm, jetzt muss ich's schaffen. Weißt, wir kommen ja auch immer... Ach Gott, ich komm nicht mehr über die Leiter drüber. Äh... Witze! Wollt ihr Schnelligkeit oder wollt ihr? Nein, wir wollen hier keine Cheats. Keine Cheats. Loll. Ich weiß, guck mal wie easy wir den Anfang machen hier. Ho, ho, ho! Da wollte ich zu schnell. Eigentlich... Da hat die... Oh, das ist noch. Oh, hab ich glaube nicht auf die Leertaste gekommen, ohne es zu wollen. Naaah. Oh, jetzt komm. Nein! Ist hier nur? Aha, okay. Ah, okay. Ich muss ganz entspannt bleiben. Oh, oh. Liebe Leute, ich möchte euch trotzdem noch mal drauf hinweisen, bitte bei den anderen Leuten in die Folge zu gucken. Die haben nämlich gesehen, wie ich zu Beginn der Folge diese Challenge geschafft habe. Nee, 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 nee. Wie ratst du? Die Checke öffnet eigentlich? Nein. Ich hatte sie vorhin schon geöffnet gehabt. Wobei, ich hab's jetzt erstmal nochmal dicht gemacht. Ja, weil wir cheaten werden. Natürlich. Also, du weißt ganz genau, dass wenn ich das gewollt hätte, wäre ich dann schon längst oben. Oh, das ist doch nicht wahr. Alter Schwede. Komm, Last Try jetzt. Ja. Einmal noch die Hände ausschütteln. Und jetzt geht's los. Also, bei mir ist das hier der Vor-Last-Try. Was? Unfair. Ja. Warum? Jetzt ist es bei mir der letzte. Nur wegen dir. Habt ihr keine Lust? Ey, komm. Was soll denn so ein Scheiß sein? Habt ihr noch genossen auf diese Challenge hier, oder was? Nee, nee. Nein, für diese Session. Warum wird die Folge enden? War schon. Oh, fuck. Ich hab's vermasselt. 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 Go, scroll. Go, scroll. Ja. Kein Druck. Kein Druck. Easy to jump. Easy. Jawohl. Easy. Ja, sehr gut. Du Bobo, ey. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Okay. Das ist ein Light Sound, keine Treppe. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hab grad so viele Tasten gedrückt, dass ich meine Aufnahme beendet habe. Okay. Schaut noch bei den anderen vorbei und war auf jeden Fall lustig und vor allem laut. Lass du mal auf zu springen hier. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin. Tschüss. Jure L μ. Jaaaw.